Autsch! Wenn die Kühlmittelanzeige niedrig ist, solltest du eine Kühlmittelstation aufsuchen, um deinen Anzug wieder aufzufüllen. Sink die Anzeige auf Null, stirbst du sofort an Überhitzung. Jetzt stecke ich. Ja, speichern mal. Die Hitze erdrückend. Wie Texas im Sommer. Zeit für einen kleinen Einbruch. Du musst den Generalstab finden. Und die Odeln kurz für General Engels Schiffsstellen. Gimmel! Rein und wieder raus. Wir machen mal ein bisschen... Ach du Scheiße. Oh ne, ey. Kann man den ja noch so kaputt machen? Mal schleichen. Eigentlich nicht, ne? Oh, ne. Komm mal nicht. Shit. Alles klar, ciao! Ich drück dich nicht, wunderbar. Yo, 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 yo! 休ir, yo, yo! So, ich brauch nur, hä... Ich kühl' mich, hä? Ok, aber äh, alter! Warum superintendenten da so schnell runter? Da ist aber weniger schön. Würde denn durchs Rennen? Ja, würde wahrscheinlich... Oh, oh. Au, 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 au. So, wir sollten uns vielleicht nochmal eben ganz schnell auf... ...auf der Venus, Alter. Zieh's hier rein. Auf der Venus. Nachts um halb drei. So. Was war denn da? Oh, ja. Ah, hier haben wir auch noch viel Mittel. Wasser, nochmal zwischen Stopp. Da wusste die auch nochmal einer aus. Naja. Luftscholzer. Ja, natürlich. Ups. Ich ging fest. It's me. Mist. 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 Das war dieses shitting Loch, ey. Mann. Das gibt's doch nicht. Aua. Hörst du auf? Hör, Hör, Granate. Mann, ey. Au. Guck mal. Ich hab den nicht erlaubt, weiterzumachen. Oh, den auch nicht. Mann. Mann. Einmal Füllmittel. Daaa! Got it! Haha! Wo ist denn das? Oh! Oh! karte den robots ist schnauze nervs jo da geht's raus da will ich nicht unbedingt hin das ist nicht so schön was hab ich denn jetzt ja gut, klar, wir müssen da lang hier hab ich mich durchgekämpft jetzt, klar aber ich will ja noch ein bisschen hier entdecken warte, warte, warte ah, hier weg, ok, auch gut nehmen wir auch mit oh nein, den nehm ich nicht mit alter, da übersehe ich fett löchlein, ey und springen da voll rein darf er echt nicht wahr sein macht mich ein bisschen sauer muss ich ja ganz ehrlich sagen äh muss man hier vielleicht lang äh, hier nicht äh alter ich hab mich jetzt erschreckt äh ah, moint, dort hier hier äh wo ist denn das? so hä? ich bin verwirrt ah, da ist ne Treppe alles klar äh, müsste dann hier sein, ne? Luftschleuse ja, alles klar die Leitern die Leitern übersehe ich immer ey, was ist denn das? ich übersehe immer wieder die Leitern voll schlimm so Oh ne, echt jetzt? Aua Wo sind wir denn? Ach da Verdammt, ich verbrenne Ja, ich kann doch nix dafür Äh, oh Nein, nein, nein Ach so Ah An Überhitzung Jaja, Signal entdeckt Wir müssen nochmal nachkühlen hier Guck mal, wie schnell er runter geht Schlimme, ich sehe den Typen jetzt nicht mal Ich hab immer was nach Aber gehen wir mal hier an die Kühlbox Du 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 Aber die Klamen sind tot Wohnen in ein Kraken Soweit ich weiß Sind jetzt nur noch Menschen aus der Bahnen Aber der Schlange Der Mauer des Lebens der Wälder Hä? Ich glaub hier geht das eher ums Wir haben ja keine andere Chance, oder? Naja komm, drauf geschissen Komm wir sind bekannt eher für die King irgendwo fest Warte Aua 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 So, einmal nachtanken bitte Wir sind bei der Schießerei Erstmal nachtanken Kann man ja mal machen Die müssen doch eigentlich auch hier dran. Also die tanken nicht so oft nach wie ich. Huah! Aua, aua, aua. Pst. Oh. Ich muss das. Ich muss erst nachdaten, das geht nicht anders. Oh. Das war aber selten, dem ich jetzt von mir selber hab. Äh, ja. Hoho, ich dachte gerade, ey, vorbei, ey. Äh, ja. Jö, jö. Erst kommt's. Oh, nächste Zapfstation hier. Wir füllen direkt auf, wa? Hier wird gezapft und dann geht's weiter. Oh, ne. Was ist denn das? Alter, was ist denn das? Oh. Hey. Geil. Ich mag diese. Äh, so. Warum hab ich... Warum hab ich... Ich hätte ja auch vorhin... Okay, hier geht's nicht lang. Kanisterlager... Wo muss ich denn lang? Ach, schon. Ciao! Ich muss da vielleicht jetzt lang? Ne, doch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt sein können. Eintreten. Schon wieder draußen? Alter. Guck mal, diese Zwischenlager, ey. Aber gut. Wer drauf steht, ist jetzt nicht so meins. Oh, das ist schon wieder so eine fliegende Untertasse. Oh, das ist ja schon wieder so eine fliegende Untertasse. Oh, die hat mich auch erwischt. So, ciao. Da hat's die fliegende Untertasse zerrissen. Da gibt's doch nicht. So, diesen, da hat's die Untertasse zerrissen. Ich weiß gar nicht, warum meine Auf... meine... meine Tonaufnahme so auf klein... leise gestellt ist. Hat er jetzt seit dem neuesten Sailor oder wat? Finde ich jetzt natürlich schon nicht so schön. So, aber nachgang gehen, bitte. Nicht jetzt. So, alles klar. Alles klar. So, kleiner Mann, ich mag dich nicht. Ich kann mich dich nicht erklären. So geht's auch. Ist immer freundlich. Ich morgens. Ich bin der Schleicher. Ah, die gehen nachher wahrscheinlich alle auf. Alles klar. Aufzug aktivieren. Geht los. Boah, der Kanzler, der kann ja eigentlich wirklich gar nichts mehr. Der ist ja... Ich bin jetzt schon seit vier Stunden am aufnehmen. Ne, drei Stunden wieder mal. Nach meiner letzten kleinen Pause. Bitte was? Ich war da nicht. Ihr denkt vielleicht, das hier sei die Halle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Das Paradies? Achto, Prüfstand. Lass mal prüfen. Mach die, ne. Achso, hoch. Ich häng fest. Mist. Nix Neues. Äh, okay. Äh. Komme ich hier nicht gerade rein? Ne, ne? Ich muss mal eben nochmal einmal auf mein Kertchen gucken. Den Weg hab ich... Oder? Hey? Da haben wir ein bisschen echt verwirrt von den ganzen, äh... Sachen hier einfach. Ne. Boah, jans anderes. Genau, ich bin... Aufzug hoch. Und dann... Alles klar. Wedermorren. Man kann da aber auch ein bisschen durcheinander kommen, oder? Generalengel. Danke. Dankt euch für euren Einsatz auf der Venus. Ja, ich glaub, die erhofft sich da irgendwas im späteren Verlauf. Oh, oh, oh. Das sind ja mehrere. Huiuiuiui. Die haben mich gar nicht alle gesehen. Huiuiui. Ui, de Witzka. Alter Schwede. Ich sing... Oh ja, haus mal auf einen. Ich dachte, der wäre ein... Typ, der irgendwie so... so buggy am Boden am Gucken ist. Alter. Ja, gut schön. Verstand dich, Verbrenner. Oh, echt? Ich war jetzt gar ne Scheiß, ey. Wo soll ich denn jetzt so ne Ladestation da kriegen, ey? Alter. Wo sind denn hier so ne Ladestationen? Also so ne Kühlstation... äh, Kühl... Kühlstation. Achso, hab ich gar nicht gebraucht, oder wat? Alles klar. Ich hab nur gedacht... Oh. Oh, wie soll ich denn Ladestationen? Na, das hören die überhaupt nicht. was soll ich denn... Das war's für heute. Ich weiß, was mal fehlt, ey. Wir hätten ja guckt jetzt genau in meine Richtung, oder nicht? Puh. Hä? Ah, Mann, die haben mich gesehen. Mist. Oh. Hoppla. Entschuldigung. Au. Okay, wo ist das? Auwa. Alter. Äh, der ist besser. Wir waren. Ich glaube, echt schleichen ist echt nicht meine beste Fähigkeit, ne? Bin ich jetzt einfach mal so behaupten? Alter, wie viel kommen denn da? Das reizt aber. Schmacken ist mehr. So, was haben wir denn hier? Oh, cool. Ich häng auch noch fest. Ist noch schlimmer. So. 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 mir in Ruhe, Junge. Schallplatte! Zapfer kleiner Liebling. Naja. Gummah! Hörst du mal auf hier? So. Haste davon? Whesd mich nicht jagern sollen. Guck dir ja gesagt. Erg lets mich ne mal glassesch! So Hä? Schießt'n die auf mich? Ach, wer? Hä? Konnt'n der gerade so steh schießen? Ach, der Fall ja nicht Natürlich Wo sind da jetzt hin? Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein Sind alles zusammen Ups Entschuldigung Ah, ist der letzte So, du bist der letzte Murikaner gewesen, mein Freund Hoch geht's, Freunde Hoch geht's Hoch hinaus Mit Onkel Klaus Lalalala Ich muss ja alles noch schneiden Mein Generalstab Mitglieder Ein Haufen Arschlöcher Habt ihr Arschlöcher, meine Odin Kruz? Die haben den ganz sicher Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Schleichen geht. Nur nie, wenn der Traum ankommt. Hier ist die verfügbar. Ja, ja, hier ist die Schleuse. Was ist denn das? 37. Aber das... Ja, zu spät, ne? Ja, natürlich. Oh, Alter! Hab ich dir erlaubt, mich anzugreifen, Junge? Hab ich euch erlaubt? Oha. Das ist KB. Und die nicht. Du riechst dich einfach um, ey. Dann ist da eine ganze Masse hinter dir. Ach, die kommen von da? Sollte man ja mal wissen. So, Freunde. Ja, toll. Ich kann es. Ich kann es. Sag noch gerade. Schleichen funktioniert. Super. Ist das leer? Kommt das leer? Oh, cool. Das ist doch toll. Alter, fall doch mal um. Soll denn der Quatsch? Junge, ich werde dich ändern. Hö. Hö. Oh, no. Hallo. Okay. Jetzt willkommen beim Generalstab. Mitglieder. Null. So. Weiß, wo muss ich denn hin? Entspannung zum Freizeitlabor. Ah, ist klar. Oh. Ich wollte nur entspannen, Junge. Habe ich jetzt? Dritte Generalstab. Achso. Ja, aber hier bin ich doch. Achso. Äh. Hallo? Hä? Wieso kann ich denn da jetzt nicht rein? Achso, doch. Oh, den Kurzbesorgung. Odenkotzen, wo seid ihr? Whatever. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wir suchen uns die Notbeleuchtung an. Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Oh shit. Alter! Ihr seid so alle bekloppt. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Blazkowicz. Wir sind jetzt ein alter Knacker, was? Auf dich, du Superheld. Ein erfolgreiches Lebensjahr, Blazkowicz. Oh, oh, oh. Auf wie lieb! Auf wie lieb! Nicht gedacht, dass ich so lange mache. Also auf Bruder Blazkowicz, den zähsten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das finde ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max! Max hat's! Oh! 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 Oho, ich hab vergesst. Ich glaube, das gibt noch Ärger. Ich glaube, die geht wieder zu Mama zurück und verrät uns. Oh, Gottfried. Verdammt, da hat jemand die Toilette zugeschissen. Ist doch nicht wahr. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror, Billy? Geh jetzt! Ja, jetzt hoffentlich bitte nicht mehr. Oh. Oh, scheiße. Der macht mit der rum. Ich sag ja, die eine wird vielleicht, glaube ich, ganz, ganz böse. Runter von mir, Mädchen. Hör auf. Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander. Hör, hör! Max, ich hör's! Ich hör's! Oh! 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 Hör! 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 Whisky? Also, Horden fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Ja, eine wilde, durchsächte Nacht, würde ich sagen. Oh! Hörgit! Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen! Oh! 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 Der Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh! Kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horten, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blazkowitsch! Finden Sie Fergus' scheißarm, bevor ihr noch alles den Bach runtergeht. Gottverdammt! Ja, wo, wo soll'n der Arm sein? Tja. Hörgit mal.